Hi, heute möchte ich mich mal an euch liebe Unternehmer wenden, beziehungsweise euch liebe Zuschauer, die ihr Unternehmer kennt, die vielleicht alle solche Probleme haben. Ich habe keinen Mitarbeiter, ich habe viel zu wenig Umsatz, mich kennt kein Mensch, ich bin einfach zu wenig sichtbar. YouTube, Social Media, was ist denn das? Zu wenig Zeit für Privates und schon gar nicht für Marketing. Dann hätte ich was für euch. Wie wäre es denn mal mit einem Film? Ein Film über euer Unternehmen, euer Produkt oder eure Dienstleistung, denn der bringt euch der Lösung dieser genannten Probleme einen ganz schön großen Schritt näher. Warum ein Film? Na, weil Filme gesehen werden. Weil Filme, wenn sie emotional sind, im Gedächtnis bleiben. Was hier reinkommt, bleibt da oben haften. Und weil Filme zum Beispiel die Werte eures Unternehmens viel leichter und eindrucksvoller vermitteln als ein Flyer oder irgendeine Broschüre. Und warum erzähle ich euch das hier? Na ja, weil wir von Neumarkt TV da helfen können. Wir machen Filme, kostengünstig. Wir helfen bei der Erreichung unserer Zielgruppen. Und zwar, indem wir auch unser Netzwerk anzapfen. Das heißt also, wir spielen eure Filme über unsere sozialen Netzwerke aus. Und wir sind schnell. Heute anrufen und in kürzester Zeit ein Angebot erhalten. Und wenn es etwas Größeres sein soll, das vielleicht hier oder hier auf der Leinwand im Cineplex laufen soll, dann sind wir von Neumarkt TV mit unserem Kooperationspartner von 24p Film für euch am Start. Also, wenn ihr Unternehmen kennt oder Unternehmer kennt, die in irgendeiner Art und Weise einen Film bräuchten, eben weil sie keine Mitarbeiter haben, gute Produkte oder Dienstleistungen, aber die keiner kennt, dann meldet euch bei uns. Schreibt uns eine Mail an info.neumarkt-tv.de